Hallo! Als Teil der Europäischen Union ermöglicht Deutschland seinen Studierenden die freie Wahl zwischen allen Hochschulen der EU. Dazu muss aber sichergestellt werden, dass Studienleistungen und Abschlüsse in allen EU-Ländern gleichermaßen anerkannt werden. Mit dem European Credit Transfer System oder kurz ECTS wird genau das erreicht. Das ECTS stellt sicher, dass Leistungen, die man einmal erbracht hat, bei einem Hochschulwechsel innerhalb der Europäischen Union anerkannt werden. Das geschieht über Leistungspunkte, die pro Veranstaltung oder pro Modul vergeben werden. Am Ende eines Bachelorstudiums muss man in der Regel 180 Leistungspunkte nachweisen. Für einen Masterabschluss benötigt man in der Regel 120 Leistungspunkte. Die Vergabe von Leistungspunkten nach dem ECTS macht es auch leichter, den Arbeitsaufwand besser einzuschätzen. Hierbei gilt, ein Leistungspunkt im ECTS entspricht 25 bis 30 Stunden Arbeitsaufwand. Wenn man also nach zwei Semestern die Hochschule wechselt und bis dahin 60 Leistungspunkte erbracht hat, dann werden diese von der neuen Hochschule anerkannt, wenn die Inhalte deckungsgleich sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017